Nord Prowler-Code hat Onkel hier einen Verstecker. Langsam hab ich's drauf. Langsam hab ich's drauf. Ich sehe, du hast mein Lager im alten Radiosender ausgeräumt. Hat mich schon gefragt, wo ich war. Zu meiner Zeit war dieser Sender die heißeste Adresse in Brooklyn für aufstrebende Hip-Hop-Künstler. Waren du und Dad auf Sendung? Wir waren nah dran. Aber in letzter Minute haben sie uns mit dieser Supergroup aus Staten Island ersetzt. Ich hab noch deine Beats, wenn du sie willst. NYC ist nicht bereit für ein Prowler-Spidey-Mixtape. Mach dir nichts draus, Junge. Ich hoffe, Onkel fängt wieder an mit Musik. Das wär' ne gute Ablenkung für ihn.